Es gibt nichts schöneres als herrliche Sonne und deshalb schauen wir uns auch das Wetter mal für morgen an. Und genau wie heute liegen wir jetzt wieder im zweistelligen Bereich und das wird auch morgen der Fall sein. Das bedeutet, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und was gibt es da schöneres als raus zu gehen und vielleicht auch dabei ein wenig Musik zu hören oder in Ruhe zu telefonieren. Und genau deshalb haben wir für Sie hier unser Over-Ear-Headset, das einige tolle Funktionen hat, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. Also es ist nicht nur irgendein Headphone, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Es ist wirklich genial, denn es ist gepolstert und sehr bequem zu tragen. Ich habe das selber mehrfach ausprobiert und ich muss sagen, es ist einfach genial. Sie haben eine gepolsterte Ohrmuschel und können einfach nach Belieben das Ihrer Kopfform anpassen und haben hier sogar einige Funktionen, bei denen man niemals denken würde, dass das überhaupt geht. Abgesehen davon, dass Sie Bluetooth haben und damit kabellos Musik übertragen können, von Ihrem Smartphone zum Beispiel, können Sie hier sogar eine Mikro-SD-Karte mit Speicherkarte bis zu 64 GB reinmachen und dazu Ihre Musik hören. Das Schöne ist aber hier, das ist die Besonderheit, Sie haben hier ein integriertes FM-Radio. Das bedeutet, Sie können hier sogar Musik gleichzeitig hören, was natürlich unglaublich gut ist, weil da müssen Sie nicht extra was einstellen, sondern Sie haben hier noch ein FM-Radio mit integriert. Das ist natürlich super, wenn Sie die Nachrichten anhören möchten oder einfach zwischendrin mal was anderes anhören möchten. Auch toll, Sie haben hier ein Mikrofon mit eingebaut. Das bedeutet, Sie können hiermit jetzt sogar tatsächlich Telefonate führen, ungestört und Sie werden dabei noch verstanden und das Ganze mit einer Akkulaufzeit bis zu 22 Stunden und es ist so bequem. Eine Status LED-Anzeige und man sieht das hier, das ist nicht nur modisch, es ist auch sehr bequem und erfüllt seinen Zweck. Denn ganz ehrlich, was gibt's Besseres als draußen einfach mal Musik zu hören und das Ganze für einen unglaublichen Preis. Denn wir kommen hier von einem eigentlichen Preis von 39,90 Euro und hier bekommen Sie es heute bei uns, wenn Sie jetzt schnell sind, für 9,99 Euro. Und hier muss man sagen, muss man schnell sein, denn die gibt's nur begrenzt und sind sehr beliebt bei uns und wir wissen es alle, man hat für solche Kopfhörer auch schon viel Geld ausgegeben. Das Schöne hier ist, das sind nicht nur Kopfhörer, Sie haben hier die Möglichkeit zu telefonieren, Radio zu hören, eine SD-Karte noch mit rein zu machen und Ihre Lieblingsmusik abzuspielen und vielleicht auch abends, wenn Sie Ihre Lieblingssendung anschauen möchten, den einen oder anderen neben Ihnen nicht zu wecken. Aber es ist das schöne Wetter, was wir heute hier hervorheben möchten und genau dafür können Sie einfach rausgehen. Sie können natürlich auch mit der Bluetooth Ihr Handy damit verbinden und da ist wirklich an alles gedacht für so einen günstigen Preis. Und wir schauen auch mal kurz bei pearl.de, da ist das Ganze für 14,99 Euro und bei uns bekommen Sie hier einen Schnäppchenpreis von 9,99 Euro. Die Bestellnummer gebe ich Ihnen hierzu, damit Sie schnell anrufen können. Das ist die ZX1829 und die 569 und ganz ehrlich, die sind nicht nur modisch, die sind auch super bequem, passen zum Mann und Frau und sie erfüllen ihren Zweck. Und Sie können vielleicht auch unauffällig einfach mal Radio hören, ohne dass jemand überhaupt mitbekommt, dass Sie immer auf dem Laufenden sind und das alles per Pastendruck ganz einfach zu bedienen und super bequem, ganz ganz toll gepolstert. Ich zeige Ihnen das auch mal. Die Größe können Sie ganz einfach einstellen und das passt wirklich für jeden. Also ich bin ein riesen Fan. Nochmal ganz schnell sein. Für 9,99 Euro haben Sie diese genialen, soften, wunderbaren Kopfhörer mit integrierten FM Radio und die Speicherkarte, die Sie einsetzen können und Telefonate, die Sie ganz gemütlich hier mitführen können über Ihr Smartphone verbunden per Bluetooth. Die Bestellnummer nochmal für Sie, das ist die ZX1829 und die 569. Ich persönlich bin ein riesen Fan und ich werde nachher in der Mittagspause direkt mit meinen Super-Kopfhörern rausgehen und das Ganze für 9,99 Euro. Rufen Sie an unter 0800 51 51 und 3 mal die 4. Gebührenfrei können Sie dann Ihre Kopfhörer direkt zu sich hören und Ihre Musik genießen. Viel Spaß dabei, genießen Sie das Wetter und bis nachher.